Mai ist des schee, am Tegernsee. Nee, ist des schee. Was gut beieinander? Ich möchte Ihnen einmal zeigen, wie es am See ausschaut zwischen Winter und Frühling. Da hinten seh'n's ein Hirschberg, oben alles noch weiß. A starre Zeit ist des, eine ruhige Zeit. Das Schloss in Tegernsee. Der Badesteg in Kaltenbrunn. Die Sonne fegt das Weiß von den Skipisten weg. Der Wollberg thront überm See. Und ein bisschen Grün kann man auch schon sehen. Aber bald sehen Sie hier das saftigste Grün, was man sich nur vorstellen kann. Die ersten Segelschifferl werden fertig gemacht. Das Panorama, das kannst du in jedem Hollywood-Film zeigen. Ein paar Schneeglückerl trauen sich auch schon raus. Der See hat eine Ausstrahlung, ein echter Ruhepol. Die Berg, was Beschützendes. Das Wandern, Spazieren gehen, Kraft tanken. Der See spendiert seine Energie. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald einmal. Das Wandern, Spazieren, 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 Spazieren. 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 Sp